Wir können einen Mülleimer bauen. Weiter blass man meinen Eimer. Ja, ich weiß noch nicht, wo du hin bist. Ich seh dich nirgends. Doch, wenn du weg bist und ich nicht da bin. Wo bist du denn jetzt? Ich hab ja auch noch einen Gang gefunden, wo wir noch nicht waren. Wo? Bitte nicht da hin. Okay. Wo bist du denn? Bist du in deinem Gang zurück, oder was? Ja. Okay. Ich bin schon zurück. Ich bin schon zurück. Papa? Ja? Wir können das Stand so einfach hier rein bauen. Hä? Wo rein bauen? Hier in unser Haus. Was? Den Lava in den Mülleimer? Ja. Ja. Ich hab Lava. Ja, warte. Dann müsste das Haus vielleicht ein bisschen größer bauen einfach, ne? Ja. Warte mal ein bisschen, bis ich da bin. Ich weiß nicht, was du vorhörst. Nicht, dass du das alles kaputt machst mit der Lava, ne? Das ist der Nachteil von der Lava. Außer ist es grad dunkel. Du solltest gleich lieber schlafen gehen erstmal. Nein, 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 nein. In welche Richtung können wir denn noch größer bauen? Ich komm in der da, in der rechten, in der rechten. Ah. Ach doch. Wie sind denn die jetzt reingekommen? Hast du die Tür offen gelassen? Nein. Wer dann? Die ist offen und die andere. Mal lassen lassen, wir sie einfach offen! Papa, ist das so geil, wenn wir dir offen laufen? Nein, weil dann immer die Bösen reichen. Leg dich hin. Du zuerst. Du zuerst. Dann du. Nee, du. Du zuerst. Du, du, du. Bitte. Komm mal, zieh mit deinem Kumpel. Bitte, bitte. Und sonst komm ich nicht mit deinem Kumpel. Ich gehe dich als erstes. Du. Ich gehe als erstes. Oh, oh. Papa, mir leider ist es. Papa, mir leider ist es offen. Nicht tief in die Bösen. Siehst du? Bist du verrückt, wenn jetzt einer reinfällt? Hast du deinen Eimer noch? Dann nimm nochmal weg, lieber. Jetzt ist die Lava weg. Nee, nimm mit deinem Eimer einfach nochmal die Lava raus. Genau. Und dann mach es einfach eins tiefer. Oder wir machen den hier in die Ecke. Hier in die Ecke können wir ihn doch hinmachen. Es geht nicht los. Hier ist Wrestling. Ja, 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 ja. Da voll ich. Ja. Pum, puh, 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 puh. Pum, puh, puh, puh. Pum, puh, puh, puh. Pum, puh, 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 puh. Aber müssen wir auf mein Bett. Ich glaube, das wird hier ein bisschen größer. NONO! Bitte nicht! Was brauch ich denn? Papa! Ich hab einen Zattel! Ich hab einen Zattel für deinen Löffel! So, jetzt ist meine Spielzeuge nämlich auch endlich kaputt. Oh-oh! Komm mal! Nein! Sieh mal, was du auf der Küche stehst! Stimmt, eine Spinne, ne? Nein! Ja, ja! Was anderes! Spille! Ein schöner Wolf! Moment! Hilfe! 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 Warum lässt du ihn rein? Ich bin einfach rein! Ich muss ja machen mit! Jetzt bist du gestorben wieder, ne? Merk ist weg! Merk ist fertig! Weg! Weg! Weg bin ich! Ja, wieder gestorben, ne? Hör nicht mit! Nein, sortier, sortier, sortier! Hilfe! 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 Hey! Willkommen was? Hey! Hörst du auf? Hilfe! Hilfe! Ja hör auf! Ich bin nicht draußen, ich bin draußen! Hör jetzt auf! Du bist nicht draußen, du bist bei mir! Geh einfach aus dem Spiel! Geh einfach aus dem Spiel raus! So, Leute! Der Robert lässt das Spiel aus! Bitte, Robert! Hol deine Sachen! Und dann machen wir das Spiel auf! Weil du hast dich zwei Mal gehauen! Und da hab ich dir gesagt, was du zuhörst! So, dann sag mal tschüss! Ich geh erstmal ins Bett! Ich sag erstmal tschüss! Tschüss! Tschüss sagen! Tschüss! Tschüss! Hä! Und often enough! Tschüss! Und assembleden auf!